Ich habe vieles an Erinnerungen, die ich ganz gerne bestätige, oder ich möchte gerne neue Sachen haben, die ich jetzt von der Familie noch nicht weiß, dadurch, dass die Eltern geschrieben haben, von Peters Eltern, der im 6. Jahr zu scheiden, dass sogar Peter noch war. Sie ist gekommen to Canada, und sie hat mir gesagt, dass sie mir ein Leben geben. Ja, das war's. Das war's.